Ah, hier ist jetzt der Abzweig. So. Ich glaub, der Regen von gestern hat hier ganz schön was kaputt gemacht. Ja, wie gesagt, es ist jetzt Freitag, glaub' ungefähr 7 Uhr abends. Bin echt froh, dass ich jetzt unterwegs bin und nicht vorhin. Da waren so viele Wanderer hier. Es gibt ja auch Ferien mit vielen Teilen. Da hätte ich jetzt nicht so runterfahren wollen und sollen. Da wären echt viele Leute gewesen. Ab jetzt sind keine mehr unterwegs. Alle beim Abendessen. Ja, hier ist schon recht grob der Untergrund. Da ist auch viel Bremsen und merkt, dass die stark beansprucht sind. Ich weiß nicht, ob der Weg immer so ist oder ob es jetzt wirklich nur von... Es hat vor zwei Tagen gegeben oder was? Gestern, vor zwei Tagen, dass es so krass geregnet hat. Und ich glaub', dass der Weg hier hat sich ein bisschen Schaden bekommen. Also das ist definitiv der Anflussfahrer der Teil. Der Hüttesteig war mental, sag' ich mal, anstrengender. Ja, weil es da immer als Rechtsstall runterging. Aber hier ist das Gelände drüber. Ich kann mit dem einen guten Heidelberg machen. Richtig genial. Aber hier ist auch niemand gefahren. Ja. 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 Ja.